Ich bin ein Hier rechts irgendwo? Hä? Hier hinten? Ah, was ist das denn hier? Ah, cool, okay, schaut mal. Das wäre geil. So. Dann würde ich sagen... Ja. Schaue ich mir das mal an hier. Der ist bestimmt hier unten drunter, nämlich. Wo ist der denn? So. Sieht man den? Da! Alles klar, okay, ich sehe dich, mein Freund. Du siehst mich aber nicht, wie ich hier hänge. Okay, gut, und... Zack! Ja, geil! Okay, sehr schön. Glock. Krass. Die Kills von dem sind richtig heftig, ey. So. Äh, wo bin ich jetzt hier? Okay, alles klar. Ich bin jetzt hier in so einem Gang. Ah, ich bin jetzt hier hinter dem Dings, okay. Da ist er. So, und... Und lauf schneller! Yes, geil, okay. Jetzt läuft das mal wieder so ein bisschen mit den Kills. So, ah ja. Okay, dann mal wieder. Zehn. Okay. Ich weiß ja nicht, wie viel jetzt eine Rauchbombe und sowas kostet. Oder Giftreis, aber es ist schon... Ich finde das krass, dass es hier Geld gibt bei ihm. Okay. Geld in einem Tankschu. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Was zur Hölle. Er ist hier gar nicht, okay. Wuss. Na, na, dann. So, Moment mal. Da ist er! Ah! Okay, sehr schön. Und... Yes! Geil, okay. Sehr geil. Zack. Finde ich jetzt noch ein bisschen Geld? Nö. Der hat kein Geld. Der ist eine arme Sau, ich verstehe. Oh, Mann. Oh, ich bin wieder draußen. Wieder am Anfang. Ernsthaft. Na, toll. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Na gut, dann... Oh, lol, lo, lo. Räumen wir mal wieder zurück. Ah, ich weiß noch. Da... Das war in den Häusern hier, ne? Also... So... Ja, Tankschu. Also, wie gesagt, sehr interessant. Interessanter Story-Twist auf jeden Fall. Ich weiß keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, was es mit dem... Ich habe keine Ahnung, was es mit dem auf sich hat, ey. Ich hoffe halt, dass ich mit dem keine Zombies bekämpfen muss. Ah! Granate. Geil. Hä? Was? Immerhin hat er einen Kletterhaken. Äh. Hä? Hallo? Ich muss doch irgendwie... Ah, ja. Okay. Ich gehe mal wieder hier zurück. So. Geh da einfach mal hoch. Und dann hier rein, oder was? Nee. Hier bin ich doch hergekommen, sag mal. Hier bin ich doch hergekommen. Von eben. Ja, muss ich hier wieder raus. Okay. Dann gehe ich hier wieder raus. Oh Mann. So. Alles klar. Ja, Frage ist jetzt, wo ist das? Ich glaube, das war ja in die Richtung. So, in dem Bereich hier. Ja, hier gibt es... Ah! Das sieht man direkt, weil hier noch Gegner rumrennen. Alles klar. Ah, die können weiter gucken, habe ich das Gefühl. Na, ich traue mich jetzt nicht, da direkt hin zu rennen. Weil da die Gefahr zu groß ist, dass ich dann gesehen werde. Ganz schön hart, also nicht schlecht. Nein, nicht wieder runter gehen. Nicht so eine Scheiße machen. Hier, hey! Hey! So, dann. Schneller! Yes! Geil, okay. Knie brechen. Alles klar, geil. Und die Wirbelsäule. Naja. Die Kehle. Kehle durch. So. Alles klar. Gut. Dann kann ich... Dann ist das... Dann war das ja hier rein, ne? Genau. Ja, das ist ja jetzt der zweite Teil. Quasi des Levels. Oh Gott. Was ist das denn hier, ey? Shit, man. Boah. Ohne Giftreis und ohne... Ah! Ohne Blasor. Ja, das ist schon... Boah. Boah. Wo ist denn der? Ne, hier nicht. Ah, doch! Ah! Ah, natürlich hat er mich direkt entdeckt. Natürlich hat er mich direkt entdeckt. Und er weiß schon wieder, wo ich hingegangen bin. Das gibt's da nicht. Das gibt's da nicht. Ja, dann lauf raus. Lauf halt raus, ey. Mann. Ist er jetzt noch hier? Ah, ja. So hab ich auch rausgefunden, dass die sich nicht resetten. Okay. Okay. Ich nehm mal einen Medipack einfach. So, nicht mal rein. Ist jetzt resettet? Nein, ist nicht resettet. Okay. Lass mich raten, der sieht mich jetzt hier, oder was? Ah! Geil! Okay. Huh? Der war geil. Krass. Okay. Wichser, Alter. Wirklich. Hier ist noch einer. Boah, ist das krass hier. Ah ja, hier ist ja dieses japanische Zimmer. Stimmt. Aber hier war, glaube ich, nix mehr. Oh! Was ist das denn da? Moment mal, der hatte da was, äh... Der hat da was gedroppt. Äh! Nein! Nein! Noch nicht! Ach, das ist... Ah, okay, 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 okay. Der erste Endkrieg, na. Hey, Echigoya. Oh! Oh! Er hat ihn schon für mich gekillt, alles klar. Wir denken, er ist in dem Haupthaus. Entstanden? Tell dem Boss, was wir in der Stunde haben. Entstanden? Ah, ja, okay, heh. Moment. So, was haben wir jetzt hier? Ah, ein Schlüssel! Wo muss ich denn jetzt hin? Ah, da hinten, alles klar, ja. So, er hat Echigoya schon für mich gekillt, alles klar. Brauche ich mich nicht darum zu kümmern. Kann er jetzt gerne mit jedem Endgegner so machen? Ich glaube, das wird nicht passieren. Dafür ist das halt ein Tengshu, ha? So, ich musste mal ganz kurz aufstoßen, das tut mir leid. Komm ich hier nicht rein, doch. So, irgendwo hier ist er. Ich weiß es. Da! Da! Okay, alles klar. So, sobald er sich jetzt bewegt, gehe ich hin und KILL den Wichser, so. Wobei das mit Großhäusern wahrscheinlich eh keinen mehr gibt. Ja. Aber, ja, muss ich halt, ich muss es halt probieren, ne? So, hier hinter. So, hier hinter. Oh, Mann. Ah, hier muss ich ein... Hier muss ich einen Schlüssel benutzen, oder was? Ja, okay, alles klar. So, gut, dann. Was haben wir denn hier unten? Hier unten geht es ja weiter, glaube ich, hä? Aber ich muss erst mal zurück, weil ich will noch ein paar Gegner killen. So, da! Okay. Wenn er mich jetzt entdeckt... Was macht er da? Natürlich dreht er sich um! Fuck! Natürlich dreht er sich genau dann wieder um, ey. Ah, das ist ärgerlich wieder. So. Aber die, also die Gegner können Türen aufmachen, das hat mir auch jemand gesagt, aber... Wie machen die die Türen auf? Oh, okay. Ah, ja, natürlich! Jetzt... Jetzt hat er mich schon wieder entdeckt! Ach, Penner! Du Penner, Alter! Das kann ja wohl jetzt nicht sein! Alter! Der hat immer noch einen Hitpoint! So, jetzt aber weg mit dir! Jetzt hab ich zweimal entdeckt wieder, ey! Und wieder Punkte verloren! Ja! Das ist das erste... Der erste Part, also... Habt ein bisschen Nachsicht, wenn das jetzt kein Großmeister wird! So, aber irgendwie... Keine Ahnung. Das ist ein ziemliches Abfuck-Level grad. Hä? Ah, ich bin wieder draußen. Ne, das wollte ich nicht. Okay. Dann kann ich ja jetzt weitergehen, denke ich mal. Genau in die Richtung ist irgendwo einer. Hä? Wahrscheinlich hier hinter. Gut, dann gehen wir weiter. So, ich kann das Item nicht mitnehmen. Ja, ich weiß. Oh, hier rein. Hier hab ich ja aufgeschlossen. Da unten! Okay, ich hab ihn schon gesehen. Okay, alles klar. Und... Nein! Au! Warum dreht er sich um? Das macht doch keinen Sinn, diese Route. Oh, ich hab grad was rausgefunden. Nein! Hau ab jetzt! Hau ab! So. Ich kann... Wenn ich eben krieche und kreisrücke, kann ich Tiergeräusche machen. Schaut mal. Geil! Okay. Ich kann Tiergeräusche machen, um die Gegner dann abzulenken. Oder weißt du... Hä? Das sind zwei! Oh Gott. Okay. Oder was? Ah ne, der pennt einfach nur. Okay, dann. Dann. Oh, alter Schwede. So. Puh. Okay. So, dann. Ja! Den hab ich. Oh, Mann. Mann, Mann, Mann. Guckt euch mal das an. Das ist ja geil. Ich kann... Tiergeräusche machen, um die Gegner irgendwie wegzulocken. Das ist ja geil. Ja, Katze. Ja, genau. Hier auch Katze. Ja, ich bin das auch ne Katze. Ich bin das Lockdown Doolittle. Genau. Ja, den Weg hier kenn ich noch. Hier hinter ist auch einer irgendwo. Ah! So. Wo ist denn der jetzt? Hä? Über mir. Okay, ich verstehe. Ist oben. Ah, hier links wahrscheinlich. Okay. Hier rechts kann ich... Hier kann ich rein. Alles klar. Okay. Okay, dann. Über die Treppen hoch. Hier kann ich auch aufmachen, denke ich mal. Ja. Dann ist der wahrscheinlich jetzt hier vorne. Oder? Ja! Da! Oh Gott. Ich hoffe, der kommt nicht ganz hier hin. Nee. Alles klar. Okay. Boah. So, dreh dich bitte um. Ja, ich hab irgendwie leichte Slowdowns. Ich weiß nicht, woran das liegt. Sorry, Leute. Keine Ahnung. Also die Musik ist ein bisschen lahm. Und zack. Nichts. Aha. Geh weg mit dir, mein Freund. Zack. So. Weiß ich jetzt aber auch nicht, ne? Ich bin jetzt aber auf dem Weg, glaube ich. Ah! Voll da reingerollt, ich Idiot. Scheiße. Haha. Boah, wie ärgerlich wieder. Nein! Geh rein, nein! Oh! Oh, wie mies. Wie mies. Richtig mies, Alter. So. So, wo ist der? Er hat ne Leiche entdeckt. Okay, ich verstehe schon. Das Blöde ist, hier können wir nicht durch Wände gucken. Nicht so wie bei, äh, Tankschu 2. Das ist schade, finde ich. Aber gut. So, wo ist denn der jetzt? Kann ich das hier so aufmachen? Nein, kann ich nicht. Da ist er. Okay. Ich verstehe. Ah, natürlich! Ey. So blöd, ey. Das ist so dumm. Ey. Hallo. Oh. Lock. Nichts lost, Tim. So. Und schnell! Weg mit dem! Knie brechen. Das hast du jetzt verdient, Alter. Oh, Planner. Ja, er hat Geld gedroppt. Fünf. Ah, super. Egal. Immerhin etwas. Ich glaube, das geht auch besser mit dem Geld hier, aber... Dass man da irgendwie mehr sammelt, aber ich... Es ist halt das erste Level mit ihm. Ich kenne es halt noch nicht so gut, ne? Ah, Katze! Was? War der Ofe, ey. So. Kann ich auch, hier. Dr. Doodle. Okay. Ja, Dr. Doodle, passt ja. Ist ja auch ein Doktor. Hier kann man auch hin. Da ist eine Rauchbombe. Die kann ich auch nehmen, alles klar. Sehr schön. So, was... Oh mein Gott! Wo kommt der auf einmal her? Scheiße! Alter! Boah! Boah! Was war das denn? Und direkt... Ja! So. Schön das Herz rausreißen. Ja, das... Das gefällt mir. Aber das ist jetzt... Ja, die Statistik kann ich jetzt eh nicht mehr retten. Das ist nicht mehr zu retten. Egal, ich hab trotzdem Spaß. So, hier kann man ja irgendwo hoch. Genau hier war das. So. So, dann geht's hier noch weiter hoch. Da hinten. So. Alles klar, ja dann. Oder was? Ja, aber ich muss mich einmal umdrehen. So. Genau. Dann einmal da hoch. So. Was haben wir hier jetzt? Ich trau mich gar nicht erst runter zu gehen, deswegen mach ich erst mal... Ich bin runtergegangen. Na gut. Aber wo bin ich hier? Ah, okay. Ich verstehe. So. Dann. Äh. Ja. Wo ist der? Äh. Wo? Was? Wo bin ich hier? Ey! Bin ich jetzt zurück? Ich bin zurückgegangen. Ernsthaft? Ja, scheint so. Aber wo muss ich denn... Hä? Moment mal. Geh noch mal runter. Hier war ich doch eben. Oder nicht? Hä? So. Hier geht's irgendwo raus. Ah, hier. Ja, hier war ich schon. Hier ist eine tote Leiche. Toll. Ja, dann muss ich hin. Nicht hin. Da muss ich erst mal überlegen, wo ich hin muss. So. Immer wieder hoch hier. So. Und dann. So. Wo war das denn jetzt hier? Ich muss wieder hier raus. Ja. Bringt leider nichts. So. Dann hier rein. Und dann hier. Ne, hier ist ja das Loch wieder. Ah, ne. Moment. Stopp. Oder? Hier geht's ja noch. Ne, das wollte ich jetzt nicht machen. Aber hier ist ja eine Tür. Voll, voll getarnt, Alter. Äh, heh. Genau. Aber was bringt das mit dem Tieren nachmachen? Ah! Alles klar. So. Was bringt das mit den Tieren nachmachen? So. Und zack. So muss das doch aussehen, Alter. Ja. Zack. Ich finde den cool irgendwie, den Taishu. Er hat so ein gewisses, äh, chilliges Moment an sich. So. Dann. Da ist! Okay. Alles klar. So. Na dann. Nein. Oh! Alter Schwede. So. Geil. Zum Glück war der an der Seite, ey. So. Zack. Alles klar. Ja dann. So. Dann hier runter, oder was? Ah, hier unten ist es doch. Ja. Genau. Oh. Okay. Okay. Spannend. 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 Yo, Kollege. Was ist das? Keine Ahnung, das Minja, Teshu. Keine Ahnung, mit der Azuma. Alles klar. Ach, wie geil! Ich hab's echt geschafft noch, obwohl ich 31 Mal entdeckt wurde. Das ist krass. Gut, der Typ eben, das war also unser Chef und wir haben kurz Rikimahu gesehen. Okay, ah, Payment. Piece of tools sold. Ah, ich verstehe. Okay. Die Items, die man nicht braucht, werden wieder verkauft. Okay. Amount of money picked up for den 75. Zeitbonus? Wie Zeitbonus? Och, nö. Jetzt steht hier Payment for work. Okay. Und Super Needles feuert 8 Needles. Alles klar. Gut. Dann würde ich sagen, schau mal direkt mal die nächste Cutscene an. Speichern das natürlich erstmal, ne? Ist klar. So. Ah. Nasu wurde von einem anderen Assassinen getötet. Das hat Tesshu wirklich beeinflusst. Er konnte das Nacht nicht gut schlafen. Das war das Nacht. Tesshu's curiosity regarding Goda's ninjas escalated. Because Zenosuke kept telling him to forget about it. Since crossing swords with the Azuma was the same as suicide. But Tesshu was still angry that he could not collect his fee. Because Rikimaru got to his target first. Ignoring Zenosuke's advice, Tesshu sneaks into Goda's castle to find Rikimaru and prove to himself that he is the better assassin. Is not so. So. Hä? Oh nö. Jetzt muss ich gegen Rikimaru was machen. Ey, das geht ja mal gar nicht. Rikimaru ist cool, ja? Lass das mal. Joh. Keine Ahnung, also... Ah, hier gibt's auch diese Items nicht. Okay, ich verstehe schon. Hier gibt's nur diese Items nicht, alles klar. Ja, wie gesagt, also wir sind dem Asunonin entgegnet, Rikimaru, ne, den wir ja zu gut kennen. Und, ja, es lässt ihm halt keine Ruhe. Und sein Chef, den wir eben gesehen haben, der sagt halt, nicht mit den Asumas anlegen, weil die halt krass sind. Was ich bestätigen kann. Und, ja. Jetzt macht er sich aber doch auf den Weg zum Schluss Goda und möchte sich mit Rikimaru messen. Genau. Und, ja, dann würde ich sagen, bedanke ich mich erstmal fürs Zuschauen. Wem es gefallen hat, der lässt doch gerne ein Like oder ein Abo da. Oder ein Comment. Würde mich auch sehr freuen, wie ihr es so findet. Und, ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder schönen Tag. Ciao, ciao.